Viele reduzieren die immer wiederkehrenden Verschärfung des Waffengesetzes auf einzelne Themen. Magazinverbote, Verbot bestimmter Waffentypen, Verbot von Messern etc. Aber um was geht es tatsächlich? Ich glaube, die Antwort ist wesentlich einfacher als viele denken. Aber auch wieder komplexer. Sehr häufig unter der Gemeinde der Waffenbesitzer ist das Zitat von Gustav Heinemann zu finden. Ein Staat ist immer nur so frei wie sein Waffengesetz. Und auch wenn ich selber nicht viel von solchen Zitaten halte, so ist dieses Zitat von Gustav Heinemann 100% zutreffend und erklärt auch, um was es tatsächlich geht. Freiheit. Wir erleben seit vielen Jahren bereits eine gefühlte, schrittweise Abschaffung unserer Freiheit und dies meistens unter dem Deckmantel der Erhöhung und Verbesserung der inneren Sicherheit. Würde aber durch diese schrittweise Abschaffung unserer Freiheit wirklich die innere Sicherheit erhöht bzw. verbessert werden, hätten wir vermutlich noch nicht mal etwas dagegen. Wir wissen aber alle, dass die innere Sicherheit durch diese vielen Einschränkungen im Waffengesetz nicht erhöht oder verbessert wird, da sich Kriminelle oder Terroristen eben nicht an Gesetze halten. Also treffen sämtliche Verschärfungen des Waffengesetzes nur den gesetzestreuen und rechtschaffenen Bürger. Das ist nun mal eine sehr bittere Tatsache. Nehmen wir als Beispiel das aktuelle Thema rund um die Messerverbote. Viele reduzieren das Thema darauf, dass sie kein Messer mehr ins Stadion mitnehmen dürfen oder mit auf die Kirmes, um ihr Steak zu schneiden. Mir persönlich geht dieser Aspekt, dafür entschuldige ich mich natürlich auch, am Arsch vorbei. Viel wichtiger für mich ist der Punkt der anlasslosen Kontrollen durch die Behörden oder beauftragte private Sicherheitsdienste, die mit diesen Verboten einhergehen. Das ist die eigentliche Einschränkung der Freiheit. Der normale Bürger wird zunehmend kriminalisiert und dafür bestraft, wenn alleine nur eine einfache Nagelfeile, die bei vielen, vielen Frauen immer in der Handtasche zu finden ist, durch die Kontrolleure aufgefunden wird. Eine Nagelfeile, die von einem einfachen millionenfach erworbenen und verwendeten Alltagsgegenstand zu einem vermeintlich gefährlichen Gegenstand geworden ist. Das ist der eigentliche Freiheitsverlust. Ich habe es ja in meinem letzten Video erwähnt. Ich habe persönlich keine Lust, wie ein Schwerverbrecher auf einem eigentlich fröhlichen Markt gefilzt zu werden. Ich möchte auch nicht das Gefühl haben, zu jeder Zeit von der Polizei gesagt zu bekommen, ich solle den Adler machen und mich durchsuchen lassen. Also werde ich, soweit vertreht und machbar, solche öffentlichen Veranstaltungen zukünftig meiden. Ich werde aber vermutlich auch nur einer von wenigen, sehr wenigen sein, denn gefühlt ist dem Großteil der Bürger die Freiheit. Egal. Damit verbreitet die Bundesregierung nur weiter Angst unter den Bürgern. Sie suggerieren damit, dass sie etwas im Griff haben, was sie selber verursacht hatten. Gefahr für die Bürger. Die Politik hat rein gar nichts im Griff, sondern schlägt nur noch wild um sich. Versucht ihre krude Ideologie mit Gewalt durchzusetzen. Kontrolle und Sicherheit vorzugaukeln. Und das sehen wir an der aktuellen politischen Lage in Deutschland und dem Rest der Welt. Es geht hier nicht um ein Verbot von Messern oder bestimmten Waffen. Es geht um die schrittweise Abschaffung der persönlichen Freiheit. Und das muss verstanden werden. Die schrittweise Abschaffung des legalen Waffenbesitzes und der persönlichen Freiheit des Bürgers ist ein hilfloser Versuch, dem Bürger vorzugaukeln. Die Politik hätte etwas im Griff, was sie selber über Jahre und Jahrzehnte lang verfehlter und von Ideologie getriebener Politik, die nur dazu geführt hat, dass die Welt zu einem mittlerweile sehr, sehr unsicheren Ort geworden zu sein scheint, zu verantworten haben. Sie werden aber für dieses Fehlverhalten nie zur Rechenschaft gezogen und bestraft. Nein, sie werden dafür sogar belohnt.